So, im Rahmen unserer Aktion Gastfreundschaft ist Herzenssache sind wir heute mal in die Landeshauptstadt gefahren. Die Fliege sitzt noch nicht. Der Zeitpunkt ist relativ gut, weil heute war ja auch eine Alarmstufe Rot-Demo auf dem Domplatz. Ja, wir sind zu dritt und wir haben unsere Scheinwerfer mit. Und mal gucken, welches Gebäude. Oh, da hinten ist ein schönes Gebäude. Das sieht richtig gut aus. Das wollen wir jetzt einfach mal beleuchten.